auf der liste habe ich jetzt mal so das wichtigste zusammengefasst was ich brauche für mehrere tage übernachtung lebensmittel hygiene küche kleinzeug was dann natürlich auch großen anteil ausmacht und medikit und ich habe mir teilweise die gewichte auf das beste beispiel so eine baumwollunterhose in langen für abends die wiegt 60 gramm die gleiche hose in kunstgewebe polyester olivgrün 170 ja da überlege ich schon mit welcher langen unterhose ich mich in die hängematte lege ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020